Ich bin der Marco Wittmann und ich habe mir einen ganz besonderen MP rausgesucht. Wie der aussieht und was da noch so alles verbaut ist, das zeige ich euch jetzt. Wenn man da hinguckt, das ist einfach ein Eyecatcher, der macht schon Spaß, nur beim Zugucken. Ich freue mich schon später einzusteigen und damit nach Hause zu fahren. Das ist mein neuer BMW M4 mit M Performance Parts. Ich fahre jetzt nach Hause. Es war ein toller Tag in der BMW Welt. Bis bald und ich gebe euch richtig Gas. Ciao, ciao.